Ah, du musst der Neue sein. Ich bin Harald von der Leitstelle. Bin dir vorhin auf dem Hof begegnet. Ich könnte schwören, ich hab dich zuvor schon mal irgendwo gesehen. Mich düngst in meinem letzten New York Urlaub. Oder hast du dort einen Doppelgänger? Also pass auf. Gewöhne dich erst einmal an das Fahrzeug und fahre eine Leertour. Du verlässt das Depot und fährst links. Dann weiter bis zur nächsten Kreuzung. Dort biegst du rechts ab und dann immer geradeaus. Den Rest erzähle ich dir unterwegs. Doppelgänger 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann bringe mal das Schmuckstück wieder nach Hause und fahre bitte den Bus rückwärts in die Halle. Der Hof ist groß genug zum Wenden. Mann, knurrt mir der Magen. So, dann bringe mal daswalk. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.